Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt zwei große Neuerungen und zwar erstens werde ich noch dieses Jahr ein Hörbuch für den Führerschein Klasse B rausbringen, in dem die amtlichen Prüfungsfragen und Antworten richtig vorgelesen werden. Diese kannst du dann auch hören, wenn dein Handy-Display ausgeschaltet ist, zum Beispiel wenn du draußen unterwegs bist oder auch kurz vorm Einschlafen. Zweitens habe ich mir vorgenommen, im Dezember jeden Tag um 17 Uhr hier auf dem Kanal ein neues Video hochzuladen. Jeden Tag gibt es 26 Fragen mit Antworten, sodass wir Ende des Monats, also am 31.12. alle 1124 Fragen durchgemacht haben. Und jetzt geben wir wieder unser Bestes bei einer neuen Prüfungssimulation. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren? Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden. Ja, das auf jeden Fall. Du musst aufpassen, wie alt diese Tiefgarage auch ist, denn früher waren die Einfahrten bzw. die Autos relativ klein. Wenn du dir mal jetzt ein modernes Auto anschaust und die Felgen vor allem, dann schauen die Felgen nämlich über das Auto hinaus. Also das Erste, was du dir kaputt machst, sind entweder die Spiegel oder die Felgen. Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen. Genau, das haben wir ja auch im vorletzten Video, glaube ich, gehabt, dass wenn du zum Beispiel vor einem hellen Tag in die Wohnung rein rennst, dann siehst du auch erst mal nichts, weil deine Augen sich an das Licht gewöhnen müssen. Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen. Ja, alles richtig. Was ist in dieser Situation richtig? Warnblinklicht an. Wir haben einen Schulbus zu erkennen an der Plakette hier, an der orangenen mit den zwei Kindern drauf und hier oben. Der hat Warnblinklicht an und steht an einer Haltestelle. Das ist sehr wichtig zu wissen, denn da gelten ja besondere Regeln. Wir haben zwei Fahrstreifen für jede Richtung, aber eine bauliche Trennung hier in der Mitte. Schauen wir mal, wie die Antworten hier lauten. Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahren. Achtung, mit linken Fahrstreifen ist dieser Fahrstreifen gemeint. Ja, hier sind ja wahrscheinlich noch zwei, das sieht man jetzt nicht so gut, aber damit ist wahrscheinlich dieser linke gemeint. Und das ist natürlich nicht richtig, denn wir wissen ja, bei einem Schulbus, der an einer Haltestelle mit Warnblinklicht steht, darf nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren werden. Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeigefahren werden. Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden. Ja, das ist auch richtig. Okay, wir kommen auf einen Bahnübergang zu. Gefahrenzeichen, Bahnübergang. Und dann sehen wir hier, dass der in 160 Metern kommt, das sagt uns die dreistreifige Barke. Und da wird wahrscheinlich gleich der Radfahrer überholt. Worauf stellen Sie sich in dieser Situation ein? Der entgegenkommende Pkw wird jetzt abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren. Der entgegenkommende Pkw wird jetzt ausscheren und die Straßenmitte überfahren. Der entgegenkommende Pkw wird jetzt überholen, ohne die Straßenmitte zu überfahren. Also, Antwort Nummer 1 wäre natürlich der Optimalfall. Das kreuzen wir aber nicht an, weil wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Und das wäre in dem Fall... Der entgegenkommende Pkw wird jetzt ausscheren und die Straßenmitte überfahren. Die zweite Antwort. Warum ist hier ein größerer Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug erforderlich? Ja gut, die Straße ist nass. Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert. Ja, also der Vordermann wirbelt ja Wasser auf und die kommt bei uns auf die Scheibe, wenn wir zu dicht ranfahren. Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn später erkennbar sind. Ja, das ist auch richtig. Denn du musst bedenken, manche wollen ja extra durch die Pfützen durchfahren, weil es so lustig ist. Aber du musst bedenken, die Wasserpfützen bilden sich ja da, wo die Straße Vertiefungen aufweist. Also sprich zum Beispiel Straßenschäden, irgendwelche Löcher oder Vertiefungen einfach. Und da würdest du ja normalerweise, wenn da kein Wasser liegt, auch nicht reinfahren. Weil der Bremsweg länger ist als auf trockener Straße. Ja, also da ist alles richtig. Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt richtig? Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ein. Das tust du, ja. In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand. Es gibt auch Tunnel mit Gegenverkehr, natürlich. Ich fahre mit verringertem Abstand, damit ich mich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs orientieren kann. Und das tust du bitte nie. Diese Antwort wird auch noch einmal gestellt bei Nebel und das ist natürlich immer falsch. Also wenn du nicht gut genug sehen kannst, dann lässt du bitte mehr Abstand, nicht weniger. Okay, eine Trambahn, die ist anscheinend gerade zum Stehen gekommen. Jetzt wollen Leute ein- und aussteigen. Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen. Nein. Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Genau, das ist richtig. Das ist ähnlich wie beim Bus, ja. Also wenn Leute drüber laufen, dann müssen wir die drüber gehen lassen und ansonsten nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man rechts auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Achtung, das stimmt nicht. Nur mit Schrittgeschwindigkeit. Wie verhalten Sie sich? So, wir haben einen Hund und einen Mann. Der Mann ist anscheinend sehbehindert. Das sagt uns diese Banderole hier mit den drei schwarzen Punkten. Blickkontakt aufnehmen. Den Mann die Straße überqueren lassen. Anhalten. So, Achtung, wir werden anhalten. Wir werden den Mann über die Straße gehen lassen und wir werden auch Blickkontakt aufnehmen. Das ist nämlich eine Antwort. Da denkst du dir so, also die wird so gut wie immer falsch angekreuzt, weil der Mann ist ja blind. Warum soll ich mit dem Blickkontakt aufnehmen? Aber diese Antwortmöglichkeit ist richtig. Und hier müssen wir uns auch auf alles Mögliche einstellen. Die habe ich nämlich einmal falsch beantwortet. Auf links ausscheren des entfernteren Radfahrers. Ja, der Radfahrer schaut nach rechts und es kann sein, dass der nach links ausschert, also ein Stückchen nach links fährt. Man könnte es vielleicht auch so ein bisschen erahnen, da das Fahrrad so leicht schräg steht. Also auf solche Kleinigkeiten musst du achten. Das ist richtig. Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir. Ja, guck mal, der grüßt ja seine Freunde. Kann ja sein, dass er gleich stehen bleibt und mit denen quatscht. Auf plötzlich auftauchenden Gegenverkehr. Gut, das wahrscheinlich eher weniger. Das lassen wir weg. Wer parkt? Wer sein Fahrzeug verlässt? Genau, wer sein Fahrzeug verlässt, der parkt. Wer vor einer geschlossenen Bahnschranke länger als drei Minuten wartet? Nein, warten ist kein Parken. Warten ist eine unfreiwillige Fahrtunterbrechung. Das tust du zum Beispiel an einer Ampel, an einer Baustelle. Ja, eine unfreiwillige Fahrtunterbrechung ist kein Parken. Wer länger als drei Minuten hält? Genau, wer länger als drei Minuten hält, der parkt. Aber halten, Moment, wo steht es? Genau, hier halten ist eine freiwillige Fahrtunterbrechung. Okay, warten tust du vor einer Ampel und halten tust du, weil du nach dem Weg fragen möchtest zum Beispiel. Okay, wir sind anscheinend innerorts auf einer Vorfahrtsstraße. Von hinten kommt einer, der überholt. Der überholt uns auch noch. Wir müssen die Geschwindigkeit reduzieren, sonst kommt es ja gleich zum Unfall. Ja, da müssen wir einfach für die anderen ein bisschen mitdenken. Da darfst du dich nicht aufregen, wenn sowas passiert. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich beschleunige. Auf gar keinen Fall. Ich verringere die Geschwindigkeit. Ja. Ich behalte die Geschwindigkeit bei. Nein, in dem Fall verringern wir die Geschwindigkeit, damit der, der sich ein bisschen komisch verhält, da reinkommt, ohne dass irgendjemand zu Schaden kommt. Womit ist bei Dunkelheit eine Ladung zu kennzeichnen, die mehr als einen Meter über die Rückstrahler des Fahrzeugs hinausragt? Mit orangefarbener Warentafel. Nein, das nicht. Durch Einschalten der Nebelschlussleuchte. Auf gar keinen Fall. Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler. Genau, das ist die einzigst richtige Antwort. Orange wäre ein Gefahrguttransporter. Nebelschlussleuchte, das sagt schon fast das Wort. Also nur bei Nebelsichtweiten unter 50 Meter. Und demnach ist nur die letzte Antwort richtig. An einem direkt vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug leuchtet bitte Folgen auf. Welche Bedeutung hat dies? Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen. Ja, die restlichen Antworten können wir uns schenken. Alle Fahrzeuge in die gleiche Richtung. Quatsch, nur Schwertransporter. Blödsinn. Also, wenn der Streifenwagen hinter dir fährt und du das siehst oder vor dir fährt, dann gilt das natürlich auch für dich. Also nur für dich. Welches Verhalten ist richtig? Siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Dementsprechend müssen wir warten und der Rote darf fahren. Ohne zu halten, abbiegen. Nein. Vor der Kreuzung warten. Ja. Sie möchten nach links abbiegen. Welche Fahrlinie müssen Sie einhalten? Das ist eine gute Frage. Und zwar müssen wir uns hier rechts oben das Schild Einbahnstraße ganz genau anschauen. Wenn wir links abbiegen wollen, wir müssen uns ja immer möglichst weit links einordnen. In einer Einbahnstraße, wo kein Gegenverkehr kommt, ist ja möglichst weit links ganz, ganz links. Die linke Fahrlinie. Ja, die linke. Nicht die mittlere und nicht die rechte. Was können Sie tun, um die Umwelt zu schonen? Ich vermeide Fahrten mit Vollgas. Ja. Ich vermeide Fahrten in überfüllte Innenstädte. Genau. Da ist nämlich von Stop and Go die Rede. Also das meiste, was beim Fahren Kraftstoff verbraucht, ist ja das Beschleunigen. Und das kreuzen wir auf jeden Fall an. Ich vermeide Kurzstreckenfahrten. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Wenn du nur kurze Strecken mit dem Auto fährst, dann, beziehungsweise wenn der Motor noch kalt ist, dann verbraucht er richtig viel Kraftstoff. Und der Verschleiß ist auch sehr hoch. Dementsprechend kreuzen wir auch hier Kurzstreckenfahrten an. Welches Verhalten ist richtig? Wir haben ein Vorfahrtgewehren. Wir müssen warten. Die Vorfahrtsfrage gibt immer fünf Fehlerpunkte. Ich muss den Traktor abbiegen lassen. Ja. Ich muss den roten LKW durchfahren lassen. Ja. Der rote LKW muss mich durchfahren lassen. Nein. Welches Verhalten ist richtig? So, wir haben wieder ein Vorfahrtgewehren. Deswegen darf die Trambahn zuerst fahren. Der Gegenverkehr hat auch ein Vorfahrtgewehren. Allerdings, pass auf, wir biegen links ab. Und wer abbiegt, muss den, der geradeaus durchfahren möchte, durchfahren lassen. Also sprich, erst die Trambahn, dann der Motorradfahrer und dann wir. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. Ja. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ja. Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen. Nein. Welches Verhalten ist richtig? Wir haben ein Vorfahrtgewehren. Der Bus ist auf der Vorfahrtstraße. Das sieht man auch hier an dem Zusatzzeichen. Dementsprechend müssen wir warten und der Bus darf zuerst fahren. Okay. Weil er auf der abknickenden Vorfahrtstraße ist. Das ist ein gutes Video zum Thema Vorfahrt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, also. Ich muss warten. Wir müssen warten. Sie sehen dieses Verkehrszeichen. Womit müssen Sie rechnen? Das ist ein Gefahrenzeichen. Und das warnt Dich vor Gegenverkehr. Das kann zum Beispiel am Ende einer Einbahnstraße stehen. Und jetzt pass auf. Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht. Diese Antwort ist richtig. Mit Gegenverkehr. Diese Antwort ist auch richtig. Mit Vorrang des Gegenverkehrs. Nein. Das Verkehrszeichen wäre nämlich blau und quadratisch. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Habe ich ja vorhin in dem Video schon gesagt. Zwei Streifen stehen für 160 Meter. Also dass der Bahnübergang in 160 Metern beginnt oder kommt. Ah cool. Jetzt haben wir schon alle Fragen vom Grundstoff durch. Jetzt kommt noch der Zusatzstoff für Klasse B dran. Also diese Fragen bekommst du nur, wenn du den Autoführerschein machst. Wenn du Motorrad machst, dann hast du hier zehn andere Fragen. Oder LKW. Sie wollen an Ihren PKW einen einachsigen Wohnwagen anhängen. Was müssen Sie prüfen? Ob der Wohnwagen für die Beförderung von Personen zugelassen ist? Also das sind wirklich, wirklich gute Fragen. Die werden wirklich oft falsch beantwortet. Denn das hört sich sehr gut an. Aber du musst wissen, dass du in einem Anhänger keine Personen befördern darfst. Also die erste Antwort ist falsch. Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des PKW überschritten wird? Das ist richtig. Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche Rückspiegel angebracht werden müssen? Das ist auch richtig. Hast du vielleicht schon mal gesehen bei einem Auto? Der hat dann so zusätzliche Außenspiegel montiert. Das schaut ein bisschen komisch aus. Aber wenn du durch die normalen Spiegel nichts mehr sehen kannst, dann müssen solche Zusatzspiegel installiert werden. Wie können Sie bereits bei der Planung Ihrer Fahrten zum Umweltschutz beitragen? Indem ich plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen. Ja, das ist richtig. Indem ich mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlege. Auch gut. Indem ich Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilde. Das ist alles richtig. Ich mache die Fragen jetzt ein bisschen schneller. Wenn es euch zu schnell ist, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Dann mache ich das wieder ein bisschen gemütlicher. Okay, wir wollen anscheinend die Autobahnausfahrt, die Autobahn verlassen. Die Ausfahrt kommt in 100 Metern und der Schwarze da links vor uns möchte auch rüber. Ja, okay, was soll man machen? Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen? Der PKW mit Wohnanhänger vor mir bremst wegen eines Staus. Was, der da vorne? Das interessiert doch gar nicht mehr. Nein, also das ist falsch. Das Motorrad verlässt die Autobahn. Nee. Der Schwarze PKW verlässt die Autobahn. Also da werden wir nur die letzte Antwort ankreuzen. Ja, der zieht halt dann darüber. Aber jetzt so von der Geschwindigkeitsdifferenz und dem Abstand hätte ich jetzt nicht gesagt. Naja, Abstand vielleicht ein bisschen. Naja. War jetzt nicht so eine schwierige Frage. Vor Ihnen fährt ein Lastzug, der rechts blinkt. Hinter Ihnen drängelt ein ungeduldiger PKW-Fahrer. Was können Sie tun? Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das Überholen zu erleichtern. Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin, dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen zulässt. Auf jeden Fall. Ich überhole, weil ich vermute, dass mir der Lastwagenfahrer ein Zeichen zum Überholen geben will. Quatsch, also vermuten ist immer ganz schlecht. Vor Ihnen fährt ein Lastzug, der rechts blinkt. Hinter Ihnen drängelt ein ungeduldiger PKW-Fahrer. Was können Sie tun? Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem Drängler das Überholen zu erleichtern. Das ist eine passive Einstellung und die werden wir jetzt auch ankreuzen. Ja, wir machen das einfach. Sie müssen in einer Kurve auf nasser Fahrbahn plötzlich bremsen. Welche Besonderheiten bestehen bei einem Fahrzeug mit Antiblockiersystem ABS? Das Fahrzeug bleibt immer fahrstabil. Also natürlich bleibt es nicht immer fahrstabil. Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten. Das ist richtig. Das Antiblockiersystem sorgt ja dafür, dass du auch in der Kurve bei einer Vollbremsung noch lenken kannst. Das Fahrzeug kann nicht aus der Kurve rutschen. Natürlich kann es aus der Kurve rutschen. Also es sorgt nur dafür, dass die Räder nicht blockieren. Aufgrund mehrerer Verstöße innerhalb der Probezeit hat die Behörde die Teilnahme an einem Aufbauseminar angeordnet. Der Fahranfänger kommt dieser Anordnung nicht nach. Womit muss er jetzt rechnen? Mit dem Entzug der Fahrerlaubnis. Mit einem Bußgeldbescheid. Mit zusätzlichen Punkten im Fahreignungsregister. Ja, also Punkte und Bußgeld wird er wahrscheinlich schon davor bekommen haben. Es ist tatsächlich der Entzug der Fahrerlaubnis. Welche Auswirkung hat das Lenken im Stand für Ihr Fahrzeug? Das ist zum Beispiel sehr schlecht. An der Lauffläche des Reifens können Beschädigungen entstehen. Das ist richtig, aber das ist der sogenannte Lenkplatten, aber jetzt nicht so schlimm wie das, was noch folgt. Die Mechanik der Vorderachse wird stark belastet. Ja, das ist schlimmer. Die Lenkung wird leichtgängiger. Quatsch. Also, damit machst du halt dein Auto kaputt. Sie befahren eine Allee mit schmaler Fahrbahn. Was müssen Sie beachten? Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch Baumwurzeln rechnen. Das ist richtig für alle, die nicht wissen, was eine Allee ist. Das ist eine Straße, wo rechts und links Bäume gepflanzt sind und die Wurzeln der Bäume bohren sich unter der Straße durch und die wälzt sich dann. Und damit ist auf jeden Fall zu rechnen. Das kann sehr gefährlich werden. Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der halben Sichtweite anhalten kann. Das ist richtig. Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen. Genau. Wenn zum Beispiel der Gegenverkehr ausweichen muss, entweder weil da die Fahrbahn so uneben ist oder weil zum Beispiel ein Ast in die Fahrbahn reinragt und der LKW ist so groß, dass er gegen den Ast fahren würde, dann kann es sein, dass der Gegenverkehr auf der Straße ausweicht. Dürfen Sie mit Ihrem PKW mit Otto-Motor ohne Feinstaubplakette in eine so gekennzeichnete Umweltzone einfahren? Ja, weil nur Dieselfahrzeuge von diesem Verbot betroffen sind. Das stimmt nicht. Ja, weil ich einen PKW mit geregeltem Katalysator fahre. Was heißt den geregelten Katalysator? Quatsch. Nein, weil mein PKW nicht mit einer Feinstaubplakette gekennzeichnet ist. Diese Antwort ist richtig. Also, hier unten sind Plaketten aufgebracht, schwarze, äh, rote, gelbe und grüne. Und wenn du eine dieser Plaketten hast, dann darfst du hier reinfahren. Momentan gibt es ja nur noch die grüne und ich bin sicher, irgendwann kommt dann vielleicht noch so eine blaue, gold, platin, was weiß ich. Und dann darf die grüne wahrscheinlich auch nicht mehr rein. Unmittelbar bevor sie losfahren möchten, haben sie sich geärgert und sind sehr wütend. Wie sollten Sie sich verhalten? Ich versuche schnell ans Ziel zu kommen, um mich dort zu beruhigen. Nein. Ich fahre erst los, wenn ich mich wieder beruhigt habe. Das ist eine gute Idee. Ich fahre los, um mich durch die Fahrt von meinem Ärger abzulenken. Okay, ich hoffe, die Frage ist für euch auch alle so einfach wie für mich. Und jetzt haben wir alle Fragen durch, geben den Bogen ab und schauen mal, ob wir die Prüfung bestanden hätten. Ja, bestanden. Eine Frage falsch. Nein, das gibt es doch nicht. Welche Frage? Wie verhalten Sie sich? Doch kein Blickkontakt aufnehmen. Ich war mir so sicher, dass diese Frage immer falsch angekreuzt worden ist, weil die Schüler nie angekreuzt haben, dass man Blickkontakt mit dem aufnehmen soll. Aber dabei war diese Antwort richtig. Vielleicht haben sich auch so viele Leute darüber beschwert, dass sie diese Antwort wieder geändert haben. Ja, gut. Auf jeden Fall stand 2019, 2020. Die Fragen sind ja bis zum 01.04.2020 alle gültig. Ist das jetzt anscheinend so, dass du doch keinen Blickkontakt aufnehmen sollst? Sei es drum. Vier Fehlerpunkte. Die Prüfung ist bestanden. Und wir sehen uns dann im Dezember wieder, am 1. Dezember, ein Sonntag. Und vorab dann gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Video. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, damit du kein Video im Dezember mehr verpasst. Bis dann.